Ja Jojo, dann mal besten Dank für die Nominierung. Das ist ein schöner Ottermeer, bei dem besten ostrisischen Wetter. Und dann sag ich mal, schönen Tag mal. Prost! So, dann kommt natürlich auch noch die Nominierung dazu. Als erstes, weil Jana ja meinte, sie müsste als erstes den Gefällt-mir-Button klicken, ist Jana nominiert. Als zweites meine allerliebste Ex-Nachbarin, Lena. Und natürlich meine allzu liebe Azubine Corinna. Schönen Tag noch!